So, und heute ist Radtour angesagt und da ist der Ford Cougar genau das richtige Fahrzeug. Für den Ford Cougar gibt es jede Menge individuelles Zubehör. Von der Dachbox über den Skiträger bis zum Fahrradträger ist für jeden Abenteurer genau das richtige Zubehör dabei. So, und jetzt geht mein Abenteuer los.